Hallo und herzlich willkommen liebe Leute. Und heute geht es ganz allein um ein Gewinnspiel. Was ihr gewinnen könnt ist einmal Pimp My Ride für Playstation 2. Hammer geiles Spiel. Man kann Autos tun, Autos von anderen abholen und Autos tun. Hammer geil. Und jetzt kommt's. Ihr könnt auch noch GTA San Andreas, GTA Y City und GTA 3 für Playstation 2 gewinnen. Alles was ihr dafür tun müsst ist einmal abonnieren, kommentieren, dass ihr uns abonniert habt und einmal Daumen hoch geben. Das ist alles und ja, ich oder beziehungsweise wir tun dann alle in eine Reihe aufschreiben und wir verlosen dann mit so Kärtchen halt. Und ja, wer gewonnen hat, hat gewonnen. Die, die wir leider, also die, die wir nicht kennen, schicken wir es zu. Die, die wir kennen, geben wir es einfach so ab. Und ja, dann bis dann und dann bis dann. Ciao Leute. Impact. Also geht her, Impact. Ach, checkt ihr nicht, ihr werdet es schon sehen. Tschüss.